Hallo und herzlich willkommen zur Kurzpräsentation von CryptoGold. Ich bin dein Kapitalexote und werde dich im folgenden mit dem besten Wissen im Bereich Kryptowährungen, Blockchain und so weiter versorgen. Jetzt noch vor allen anderen Staaten Weltneuheit im Bereich Blockchain. CryptoGold, ein ganz neues, innovatives Unternehmen, made in Germany, mit einem bereits bekannten Geschäftsführer, der mehrere Unternehmen erfolgreich aufgebaut hat, wie zum Beispiel das deutsche Edelmetallhaus. So, die Themen, was ist Blockchain und Bitcoin, die Lösung für ein spannendes, residuales Einkommen durch Blockchain-Technologie, wie kannst du an diesem Milliardenmarkt mitmachen oder dich beteiligen und Vorinformationen zu diesem Unternehmen und es ist eben bereits jetzt eine Vorregistrierung oder eine Registrierung, sofern das Ganze gestartet ist, möglich. So, kurz gefasst, was ist www.worldwideweb? Das Worldwideweb ist einer der bekanntesten Dienste im Internet. Das Worldwideweb ist ein weltweites Netz von Webseiten, die mithilfe von Verweisen miteinander verbunden oder verknüpft werden. Das Ganze kann mit einem Webbrowser auf einem Bildschirm dargestellt werden und das Web wurde 1989 von Tim Berners-Lee in CERN in Genf entwickelt, ursprünglich als System zum einfachen Austausch von Forschungsergebnissen. So, und dieses hat ein sogenanntes HTTP-Protokoll und das Interessante ist, um dieses Protokoll, was ich niemals vor 10, 20, 30 Jahren jemals hätte vorstellen können, ist nach und nach eine riesige Infrastruktur entstanden mit Google, Ebay, verschiedensten Social Media Netzwerken, ja, Datenspeicherungssystemen, Suchmaschinen, etc., pp., also unglaublich, Shopping, Leute gehen heutzutage nicht mehr in den Einzelhandel, sondern kaufen auf Ebay oder Amazon, also unglaublich, wie sich unser Verhalten durch dieses einfache oder beziehungsweise innovative Protokoll verändert hat. So, was ist schlussendlich die Blockchain? Die Blockchain ist eine Datenbank, deren Integrität, Sicherung, entgegen nachträgliche Manipulation, durch Speicherung des sogenannten Hash-Wertes, des vorangehenden Datensatzes im jeweils folgenden gesichert wird, ja. Es ist ähnlich wie ein Journal zur Buchführung und die Blockchain ermöglicht ein dezentrales Netzwerk, das heißt eine Einigkeit zwischen verschiedenen Knotenpunkten zu erzielen. Das Ganze synchronisiert auf tausenden von verschiedenen Computern weltweit verteilt, ähnlich wie das HTTP-Protokoll. Das Verfahren ist die technische Basis für sogenannte Kryptowährungen, wie zum Beispiel allzeit bekannt der Bitcoin. Nach einer aktuellen Studie wird der Marktwert in den nächsten Jahren voraussichtlich 220 Milliarden übersteigen, also sprich nicht nur Kryptowährungen, sondern generell die Technologie. Viele Menschen sprechen auch vom Internet 3.0. So, was ist dann Bitcoin oder was wird auf dieser Blockchain sozusagen gebaut? Sogenannte Kryptowährungen, ganz spannend, diese sind unabhängig von jeder Bank, anonym und dennoch transparent dank Blockchain-Technologie, dezentralisiert, genauso wie das Internet, das heißt weder von einer Bank, einem Staat oder einer Regierung, kontrolliert, modern, zukunftsorientiert und dynamisch. Bitcoin entwickelt sich zu einem weltweit verwendbaren digitalen Zahlungssystem. Ich gebe nur ein Beispiel, in Japan ist Bitcoin als offizielle Währung anerkannt und wird in mehreren, ich glaube 100.000 oder 200.000, wenn ich mich nicht täusche, Shops bereits im Einzelhandel akzeptiert. Der Bitcoin wurde damals 2008 unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto im Internet veröffentlicht und ist seitdem enorm gewachsen. Wir befinden uns aktuell bei einem Bitcoin-Kurs von über 2.000 Euro für einen einzigen Bitcoin. Nutzen Sie Ihre Bitcoins weltweit sofort? Diese Bitcoins sind mittlerweile liquide, haben eben wie erwähnt einen riesigen Marktwert, man kann damit online shoppen, man kann in Stores bezahlen, man kann verschiedenste Unternehmen nutzen wie Xapo oder Spectrocoin oder ADV Cash und so weiter und damit ganz bequem seine Bitcoins am ATM umtauschen oder mit der Kreditkarte bezahlen. Beim ATM kann man abheben, man kann verschiedenste Dinge im Messenger damit nutzen und so weiter und so fort. Ein großer, großer Markt, der sich hier noch in den nächsten Jahren konstant weiterentwickeln wird und schlussendlich seht ihr jetzt hier das Blockchain-Protokoll und rund um dieses Protokoll, genau wie beim Internet vor 20 oder 30 Jahren, wird jetzt hier Infrastruktur aufgebaut. Das bedeutet, wir haben Unternehmen, die sich als Wechselstube und als Wallet anbieten, wir haben Unternehmen, die es dir ermöglichen, auch mit normaler Fiat-Währung binnen Sekunden die Bitcoins umzutauschen und einen normalen Laden damit zu bezahlen. Wir haben Cash-Systeme, wir haben Wallets, wir haben verschiedenste Technologien auf Programmierbasis, schnelle, einfache, kostenfreie Transaktionen und so weiter, also lauter Technologien, die sich hier dezentral rund um dieses Protokoll, genau wie das Internet auch, Unternehmen, die auf dieses Protokoll aufbauen und sich hier mit entwickeln. So, Blockchain-Technologie in den Medien, Bankenstudie, Blockchain wird bis 2020 Mainstream und man prognostiziert extrem hohe Bitcoin-Preise, Wien Energie testet Blockchain-Technologie, deutsche Börse bereitet sich auf Blockchain vor, laut IBM möchten 9 von 10 Regierungen in Blockchain investieren, Autobauer investieren 30 Milliarden in Smart City mit Blockchain, die Technologie soll die Musikindustrie auf den Kopf stellen, hier nochmal ein Coin nur für Musik, Blockchain-Bedrohung für Airbnb und Co, Auswirkungen von Blockchain auf die Immobilienwirtschaft, also ein riesiger Impact, der sich hier langsam zusammenbrodelt wie ein schlummernder Vulkan und eben nach und nach explodieren wird. So, was können wir Ihnen vorstellen? Wir können Ihnen ein sogenanntes Mining-Unternehmen vorstellen, wie du deine eigenen Kryptowährungen auf Basis von diesem Blockchain-Protokoll aufbauen kannst und Kryptogold ist eben auch so ein Unternehmen, dass sich diese Infrastruktur zunutze gemacht hat, dieses Protokoll und eben hier verschiedenste Coins, Bitcoins und Altcoins meint. Also es geht eben Ende Mai los. Die deutschen CEOs haben bereits mehrere große Unternehmen aufgebaut, wie das deutsche Edelmetallhaus. Es gibt auf YouTube auch ein Interview mit dem Geschäftsführer. Bestehende große Anlagen werden massiv ausgebaut für deine anteilsmäßig garantierte Rechenleistung. Ein einzigartiger fairer Vergütungsplan ermöglicht dir dauerhaft residuales Einkommen. Internationaler Vertriebsaufbau in mehreren Sprachen möglich. Kundenservice, ein deutscher Support, der direkt kontaktiert werden kann. Und weitere innovative Blockchain-Projekte sind in Planung und davon wird es zukünftig mehr News geben. So, Aufbau dieser Infrastruktur weltweit. Schlussendlich gibt es bestehende Mining-Anlagen, die massiv ausgebaut werden. Es gibt Bitcoin-Lifetime-Mining, es gibt Altcoin-Mining bei Kryptogold, also Ethereum, Zcash, Dash, Litecoin und so weiter. Was man hier schürfen kann und weitere spannende Blockchain-Projekte. An der Stelle möchte ich euch kurz was erzählen, denn viele Leute fragen mich, wie funktioniert das denn genau? Und zwar funktioniert das Unternehmen Kryptogold ähnlich wie ein Energieversorger. Beispielsweise beziehst du deinen Strom bei den Stadtwerken und die Stadtwerke verlangen von dir pro Kilowattstunde einen gewissen Preis, den du bezahlst und als Endkunde bekommst du einen kleinen Aufschlag und hast eben deinen Strom. Und im Endeffekt funktioniert Kryptowährungs-Mining oder Bitcoin-Mining auf derselben Basis, denn das Unternehmen frägt bei dem Energielieferanten, also sprich bei der Anlage an, mietet sich dort ein, kauft Server, kauft Hardware, kauft Rechenleistung und errechnet sich so einen Preis für die sogenannte Hash-Power, Giga-Hash-Per-Second, Tera-Hash-Per-Second, Petra-Hash-Per-Second und so weiter. Und mit einem Aufschlag für Vertrieb, Versicherung und das Unternehmen bekommst du als Endkunde, ob du jetzt nur das Produkt nutzt, das Mining oder auch Vertrieb machst, eben jeden Tag transparent deine Gewinne aus einem real erwirtschafteten Unternehmen und das ist das, was mir sehr, sehr gut hier gefällt. So, es werden folgende Zahlungsmöglichkeiten akzeptiert, natürlich Bitcoin, ja, als Ein- und Auszahlung, auch alle Provisionen werden in Bitcoin ausgeschüttet, wenn du natürlich Altcoin-Mining betreibst und Ethereum produzierst, bekommst du natürlich auch Ethereum, ja, aber es geht jetzt hier um Ein- und Auszahlung und ganz großartig, man kann mit Überweisung einbezahlen, das heißt, es gibt hier eine Partnerschaft mit der Fidor Bank, einer deutschen Bank mit Sitz in München, die ist bekanntlich sehr kryptowährungsfreundlich und hier ist eine großartige Partnerschaft entstanden. So, hier sehen wir schon die Partnerschaft mit der Fidor Bank. Es ist ein einmaliges Investment...